Hallo liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu The Great War Western Front. Wir sind kurz davor einen Rundenwechsel zu machen. Wir haben so gut wie kein Geld mehr und es sieht also insgesamt recht dürftig aus, zumal in dem Gebiet überhaupt keine Einheiten stehen. Ähm, das ist spannend. Das ist die Frage, ob das überhaupt was bringt, jetzt hier welche hinzuverlegen. Ähm, die sind anscheinend alle draufgegangen oder haben sich in andere Gebiete zurückgezogen. Ähm, ich würde mal... Ach, die können nicht. Warum können die nicht? Achso, weil die angegriffen haben. Ähm... Ja, gut. Wir machen mal den Rundenwechsel. Mal gucken, was passiert. Ähm, ich habe so ein bisschen Schiss, dass er da jetzt weiter durchstößt. Ähm, er greift jetzt in... Kolmar an. Das ist hier unten. Okay, das ähm... Er nimmt uns da einen Punkt weg. Er greift jetzt nochmal in Kolmar an. Und ja, was soll's? Ich... Was bringt jetzt nichts, dass... Also... Er wird mit allen möglichen ankommen, was er da hat. Dementsprechend nimmt er uns da jetzt richtig viel, ähm, nationalen Willen weg. So, und jetzt sind wir dran. Wir kriegen einen weiteren Forschungspunkt. Wir kriegen weitere Aufgaben. Der erste Versuch, London mit Zeppelin zu bombardieren, ist nicht besonders gut gelaufen. Doch die Idee hat durchaus Potenzial. Unsere Offiziere haben einen Plan ausgearbeitet, ganz England mit Luftschiffen anzugreifen, die von unseren Marine unterstützt werden. Eine solche Kampagne hätte bei einem Erfolg durchaus Auswirkungen auf die Logistik und Moral unserer Gegner. Den Plan unterstützen. Das kostet uns 1.000 Goldreserven. Kriegt uns, ähm, nationaler Wille. Den bräuchten wir, aber... Wir brauchen die Goldreserven selber. Ähm, so. Jetzt gucken wir mal in die Aufgaben. Schatten in der Nacht. Wir müssen den Unterschlupf jetzt forschen. Das ist der. Der kostet aber nur einen. Wir haben jetzt extra gespart. Das heißt, wir könnten jetzt mal gucken, was wir hier vielleicht noch Effizienteres machen könnten. Verbesserte Visiere. Erhöht den Schaden von, äh, mit Gewehren bewaffneten Standardinfanteristen um 25 Prozent. Ja, das ist ganz nett. Ähm, wir könnten Gegenspionage machen. Inspiration durch den Feind schaltet Werte schubfrei. Was kriegt... Verdoppelt alle durch unseren Abschluss von Ereignissen gewährten Forschungspunkte. Verdoppelt alle durch den Abschluss von Ereignissen gewährten Forschungspunkte. Also nicht generell. Okay. Hier unten können wir, äh, mehr Goldreserven. Ähm... Wir könnten mehr Infanteriekurs. Oder wir gehen jetzt erstmal auf mehr Damage. So. Mehr Damage, klar. Mehr Einheiten wäre natürlich insgesamt auch nicht schlecht, weil jetzt ist Freiburg ohne Einheiten. Und er pusht jetzt hier unten halt massiv durch. Ähm... Jetzt müssen wir mal gucken. Also wir... Wir könnten hier mal die, ähm... Die Heeresaufklärung machen. Dann sehen wir, was er... Er hat in... Er hat in... Er hat in Vadang selber nur zwei Chors stehen. Das ist krass. Und hier hat er vier Chors stehen. Aber wir brauchen natürlich ewig, um ihm dort was wegzunehmen. Ähm... Hier hat er nur zwei Chors stehen. Ich glaube, wir haben uns hier so ein bisschen verrannt, würde ich sagen. Ähm... Wir brauchen halt mehr... Mehr Einheiten. Das ist unser Hauptproblem gerade. Baleduk. So, das heißt, wenn er hier... Die könnten jetzt alle angreifen. Das sind vier Stück. Ähm... Was ist hier eigentlich? Hier wissen wir es nicht. Vier Chors. Wie viele haben wir? Wir haben auch nur vier. Und hier auch vier. Das sind welche? Das sind Standardinfanteristen. Und hier haben wir noch... Wer... Die... Äh... Die Neuen. Ich überlege gerade jetzt wirklich, was wir machen. Was ist das hier eigentlich? Achso, Beobachtungsballons. Und diese Befestigungsanlagen von... Wenn wir sie direkt angreifen, das wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren, ne? Auch wenn er jetzt hier nur zwei... Aber hier... Na, die haben ja deutlich mehr Moral. Hm... Wir hätten im... Am Ende der letzten Runde... Das Problem ist, dass wir, wenn wir jetzt angreifen... Können wir... Das bringt nichts. Wir machen mal... Achtung! Wir sind unterwegs. Wir verlegen die mal da hin. Wir haben neue Befehle. Und die hier... Verlegen wir mal... Ähm... Da hin. Hallo? Hä? Warum hat er das denn jetzt nicht gemacht? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Wir haben neue Befehle. Warten auf Befehle. Bewegt euch! Ah, ob das jetzt eine gute Idee war. Kann man das wieder rückgängig machen? Es gibt keine rückgängig Befehle, ne? Das ist echt bescheuert. So. Italien erklärt den Klick. Nachdem Italien monatelang neutral geblieben war, erklärt das Österreich-Ungarn anschließend vormell den Krieg. Beide Kriegsparteien hatten es lange umworben. Doch der Londoner Vertrag versprach ihm die Kontrolle über Gebiete in Österreich-Ungarn, die es schon lange begehrt hatte. Sowie über Küstenstreifen und ein Territorium des Osmanischen Reichs. Italien ging in Südtirol und entlang des Flusses Isonzo sofort zur Offensive über, stieß dabei aber auf heftigen Widerstand. Die dortige Front bewegte sich den ganzen Krieg über kaum. Und beide Seiten erlitten erhebliche Verluste. Nach dem Krieg erhielt Italien jedoch fast nichts von den ihm zugesagten Gebieten, was eine große Verbitterung zur Folge hatte und weniger als zwei Jahrzehnte später Bonito Mussolini in seinen Faschisten in die Hände spielten. Ja, okay. Ähm. Ja, wir gehen, wir machen einfach noch, wir wechseln nochmal die Runde. Mal gucken, was passiert. Er macht nämlich auch nichts. So, stille Drohung. Unsere U-Bull-Flotte gehört zu den größten der Welt. Momentan jagen sie Kriegsschiffe, doch wir könnten sie auf alles hetzen, was sich in den Hoheitsgewässern der Alliierten befindet. Das wiederum könnte neutraler Nationen erzunnen, aber auch unseren Feind in die Versorgung seiner Truppen erheblich erschweren. Ähm. Nur Kriegsschiffe, das bringt uns nationaler Wille. Oder keine Einschränkung, das bringt uns Nachschub. Ähm. Wir gehen mal auf nationaler Wille, damit wir da wieder ein bisschen hochkommen. So, er hat uns jetzt nicht angegriffen. Wir haben jetzt den einen Forschungspunkt, den können wir jetzt auf die Unterkünfte machen. Damit sollten wir eigentlich die Aufgabe erfüllen und kriegen... Achso, wir müssen noch einen Unterschlupf bauen. Das machen wir mal... Verringern die Kosten für die Mission für die regionale Aufklärung. Genau, machen wir mal hier. Damit gibt es noch mehr nationaler Wille. So, jetzt haben wir hier 5 Divisionen gegen 5. Er hat sie also auch nochmal verstärkt. Ähm. Bereit machen. Ähm. Ich überlege gerade, wo wir die jetzt hinsetzen. Ob er hier wirklich die nächste... den nächsten Vorstoß plant. Wir müssen los. Oder ob wir ihn hier erstmal angreifen mit seinen 2 Divisionen. Ähm. So, komm mal her, wir machen das mal. Großer Sieg. Wollen wir es mal berechnen lassen. Ja. Wir haben da... Oh. Minus 24 nationaler Wille. Ist natürlich praktisch. Also wir sehen schon, der nationale Wille, ähm... Der springt sehr schnell hin und her. Wir können natürlich hier nicht nochmal nachsetzen. Wir... Das ist, wie ist hier die Prognose. Hier ist die Prognose. Ja. Wir waren natürlich dumm. Wir hätten mit beiden, ähm... Von beiden Feldern darauf angreifen können. Dann hätten wir jetzt, ähm... Schon mal deutlich... Also hätten wir eben das Gebiet da weggenommen. Ähm... Das würde ich mal berechnen lassen. Das bringt uns insofern, ähm, nationaler Wille erstmal zurück. Wobei ja dann höchstwahrscheinlich in der nächsten Runde uns dann im Südosten entsprechend weiter angreifen wird. So. Komm schon. Lade, 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 lade. Das Spiel ist eh sehr, sehr hardwarehungrig. Habe ich den Eindruck jedenfalls. Meine Grafikkarte dreht immer übelst frei, wenn ich das spiele. So. Was haben wir hier denn Schönes? Wir haben einiges an Gräben. Das Niemandsland sieht noch ziemlich harmlos aus. Wobei wir natürlich nicht wissen, ähm, inwieweit er hier schon am Arbeiten ist. Das werden wir dann sehen, wenn wir hier in die Punkte gehen. Ich würde sagen, wir gönnen uns B, C und dann versuchen wir von hinten rum an den Hauptpunkt zu kommen. So. Artillerie. Ich würde mal ganz gerne, die verbesserten Gräben kosten 30. Das ist schon ganz schön krass viel. So. Artillerie. Kann man eigentlich unter dem Ballon durch so eine Verbindungsgraben bauen? Ne, das geht nicht. Okay. Ähm, leichte Artillerie. So. So. Dann setzen wir hier noch ein. Ähm, wartet mal. So. Sie kosten ja zum Glück nicht so viel. Wieso geht das wieder nicht? Hä? Hä? Das muss ich nicht verstehen, warum das nicht geht. Weil das hier schon Niemandsland ist oder was? So. Hier können wir kein MG bauen, weil doch können wir. Machen wir es mal so. Okay. Wir haben wieder zwei dicke und drei kleine Artillerien. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier an. Melde mich zum Dienst. Verstärkung macht Meldung. Verstärkung bereit. Entsprechend. Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Wir kommen wohl zu spät zur Party. Entsprechend hier Infanterie aufstellen. Melde mich zum Dienst. Verstärkung macht Meldung. Verstärkung macht Meldung. Verstärkung bereit. So muss das sein. Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Ich würde mal den Blödsinn hier weg machen. Das ist einfach Quatsch. Wir kommen wohl zu spät zur Party. So. Wir können hier noch welche reinsetzen. Melde mich zum Dienst. Hier drüben sind alle. Ach ne. Guck mal hier. Verstärkung macht Meldung. Jetzt haben wir noch ein Slot frei. Ich habe ein bisschen Schiss, dass er mich hier blankieren will. So. 30 Leute sind auf dem Feld. Ich würde sagen, wir starten mal die Schlacht. Wenn die Frauen in den Fabriken die Arbeit nur 20 Minuten lang niederlegen würden, hätten die Alliierten den Krieg verloren. Aha. Spannend. So. Der Ballon geht hoch. Wir fokussen am Anfang natürlich Punkt B. Wir müssen noch ein Ballon zerstören. Ich sehe bloß aktuell keinen. Okay. Dann. Seid bereit, Jungs. Wir haben neue Befehle. Wir müssen diese Stellung halten. Ja, ja, ja. Bereit für Feuerbefehle. Wir haben unsere Ziele. Sperrfeuerwalze befohlen. Feuer. Positionen vorbereiten. Diese Position mit Straffeuerbelegung. Wir haben neue Befehle. So. Randa. Bereit machen. Wir sind unterwegs. An die Linie. Achtung. Feuerstellung einnehmen. Wir haben neue Befehle. Seid bereit, Jungs. Feuerwalze klar machen. Feuerwalze. Ein Sperrfeuer. Sperrfeuer drauf. Auf der Feuerstufe bereit machen. Generelle wollen diese Reis machen. Achtung. Was macht der denn? Hey, kann ich mal bitte mal schießen? Wir haben neue Befehle. Wir haben neue Befehle. Wir haben neue Befehle. In Stellung geht. Mannschaften bereit. Für Sperrfeuerwalze laden. Wir haben unsere Ziele. Warten auf Befehle. So, Randa. Bereit machen. Bewegt euch. An die Linie. Randa. Wir haben neue Befehle. 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 Sehr gut. Bereit machen. Achtung. Bereit an der Linie. Und Randa. Sehr schön. So, wir rücken natürlich auch direkt nach. Neue Befehle. Wir müssen los. Warten auf Befehle. Jetzt aber im Laufschritt. Wir ergeben uns. Ausrücken. Achtung. An die Linie. Na. Diese Steuerung ist manchmal... Also das ist... Das müssen sie unbedingt noch verbessern. Warten auf Befehle. Wir sind unterwegs. Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Bereit machen. Jetzt schießt die Artillerie von ihm. Feuerstellung einnehmen. So und jetzt rennen die hier durch die Gegend und keiner weiß jetzt wer wen da angreift. Das ist so komisch. Auf der Feuerstufe bereit machen. Also das ist so... Ich verstehe das nicht. Wir haben neue Befehle. In Stellung gehen. Wir haben neue Befehle. Bereit an der Linie. Warten auf Befehle. Bereit machen. An die Linie. Achtung. Feuerstellung einnehmen. So die können jetzt höchstwahrscheinlich schießen oder was? Wir haben neue Befehle. Auf der Feuerstufe bereit machen. Ist echt komisch. So das Ding, dass wir auf Punkt C quasi kein Spotting haben mit unserem Ballon. Wir haben neue Befehle. Bewegt euch. Warten auf Befehle. Jetzt stehen hier irgendwie wieder drei Kompanien. Ich ähm... Und wir können jetzt den Punkt B nicht einnehmen, weil der uns da mit seinen Einheiten irgendwie im Weg steht. Wir haben neue Befehle. Und zwischen den Gräben hin und her rennt. Jetzt kloppen sie sich. Na endlich. So ähm... Haben wir hier noch irgendwo Infanteristen stehen? Ja hier. Wir haben neue Befehle. Jetzt aber im Laufschritt. Warten auf Befehle. Ausrücken. So damit nehmen wir dann aber auch Punkt B ein. Das ist schon mal sehr gut. Wir halten hier. Bereit machen. Wir sind unterwegs. Achtung. Bewegt euch. Wir haben neue Befehle. Wir müssen los. Jaja wir müssen los. Wir sollten die Zeit nutzen. Zeit bereit Jungs. Was macht er denn hier? Greift uns da an oder was? Ne noch nicht. So die gehen nach vorne. Die unterstützen das. Die ziehen sich schon mal zurück. Die ziehen sich zurück. Die kommen mit. Warten auf Befehle. Warten auf Befehle. Warten auf Befehle. Auf Feuerweite. Feuerweite einleiten. So ran da. Rann da. Rann da. Seid bereit Jungs. Sperrfeuer befohlen. Alle Waffen abfeuern. Achtung. Wir haben neue Befehle. Schwellt die weiße Fahne. Alle Waffen zurückziehen. Wir haben neue Befehle. Bereit für Feuerbefehle. Für leichte Sperrfeuerlaufen. So ran hier. Auf Befehle. Feuerstellung. Annehmen. Wir haben neue Befehle. Wir müssen diese Stellung haben. Rein da. Rein da. Rein da. rein da rein da rein da so ihr müsst da rein ok sehr gut rein hier zurückziehen hallo zurückziehen ok damit haben wir auch punkt c eingenommen da drüben sind noch welche gut die mgs müssten wir eigentlich mal zerstören ach so und hier kommen wir tatsächlich nicht drüber das sind noch welche gut da müssen wir wieder in stellung zurück erst mal so dass im gs raus wir haben unsere neue befehle mannschaften ok da kommt man jetzt eigentlich rein so wir gehen in die gräben rein sehr schön ok das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus dann kriegen wir jetzt punkt c auf jeden fall wenn die sich dann mal zu ende gekloppt haben verstärkung ruft er ja bis jetzt auch keine sehr schön die gehen jetzt alle raus warten auf befehle und dann nehmen wir jetzt gleich punkt c ein und hier oben arbeiten wir uns dann an den kommandopunkt vor sehr gut cool wäre es auch wenn man mehrere wegpunkte festlegen könnte ach guck mal da kommt tatsächlich verstärkung von ihm wir haben neue befehle bereit an der linie auf befehle bereit machen wir sind unterwegs kann man die direkt angreifen auch wenn ich nicht in den ja kann man bereit für feuerbefehle sperrfeuer feuerweise einleiten die können auch nicht schießen geht mal bitte zurück warten auf befehle feuer frei bereit machen wir halten hier die stellung so punkt c gehört aber uns diese stellung gehört uns ich hoffe natürlich nicht dass er jetzt noch mehr mit einheiten da kommt wir haben neue befehle wir müssen diese stellung halten ja ja wir halten doch die stellung wir haben neue befehle wollen diesen abschnitt haben wir warten auf befehle okay perfekt so jetzt können wir erstmal seine artillerie angreifen es ist ein bisschen wirklich frickelig eigentlich könnte man versuchen direkt in seinen kommandopunkt reinzukommen warten auf befehle bereit machen an die linie Achtung Feuerstellung einnehmen Mannschaften für Sperrfeuerweite laden seid bereit Jungs auf Feuerweite Feuer nach diese Stellung wir haben neue Befehle auf der Feuerstufe bereit machen bereit für Feuerbefehle Sperrfeuerweite befehl Feuerweite einleiten warten auf Befehle bereit machen bereit machen in Stellung gehen Achtung bereit an der Linie wir haben neue Befehle bewegt euch diese Position mit Speerfeuerbeleg alle Waffen an Position so das Problem ist dass ich hier viele Mannschaften bereichs Feuerweite laden nachladen wir haben neue Befehle wir müssen los so dann haben wir nämlich sein Kommandoposten schon mal leer geräumt wir sind ein gekostet und warten auf Befehle sehr gut sehr gut seid bereit Jungs für leichte Sperrfeuer laden bereit für Feuerbefehle ladet sie nach für Sperrfeuerweite laden vorbereiten Koordinaten für Feuerweite prüfen ok wir sind unterwegs wir kommen wohl zu spät zur Tat machen oh da sind noch mehr bewegt euch wir haben neue Befehle Feuerstellung einnehmen wir haben neue Befehle auf der Feuerstuze bereit machen alle Befehle jo alles drauf was wir haben wir gehen uns in Stellung bereit machen bereit an der Linie Achtung bereit für Feuerbefehle wir haben neue Befehle ja ich würde gerne mit der Artillerie angreifen wir bereit für Feuerweite Feuer so wir haben neue Befehle melde mich zum Dienst das Problem ist dass unsere Artillerie da nicht so eine hohe Reichweite hat bereit für Feuerweite warten auf Befehle Feuer bereit machen an die Linie das müssen wir mal versuchen hier in die Gräben rein zu kommen neue Befehle auf der Feuerstuze bereit machen auf der Feuerstuze bereit machen für Feuerweite alle Waffen abteuern für Feuerbefehle haben unsere Ansele wir haben neue Befehle in Stellung geh ja die müssen da jetzt auch rein an die Linie an die Linie bereit machen Feuerstellung abnehmen die weiße Formel Sperrfeuerweite befeuern das ist tatsächlich jetzt ein bisschen tricky hier aber wir nehmen den Punkt ein das ist schon mal ganz gut auf der Feuerstuze bereit machen auf Feuerweite Feuerweite einleiten Verstärkung macht melden Position prüfen Gefecht verteilt Sperrfeuer befohlen alle Waffen abteuern ja die rennen da jetzt ins bereit machen die Waffen niederlegen in Stellung Achtung wir haben neue Befehle bereit an der Linie bereit für Feuerbefehle für leichtere Späne wir können hier nicht gewinnen ja ihr könnt da nicht gewinnen ihr müsst da trotzdem rein Feuerstellung rein hoch Jungs Verstärkung bereit warten auf Befehle bereit machen auf der Feuerstuze bereit machen das ist jetzt echt ein bisschen tricky hier so jetzt haben wir welche in den da rein bekommen wir haben nicht mehr allzu viel Versorgungspunkte wir haben neue Befehle bereit an der Linie wir ergeben uns scheiße so wir haben ja mal den Punkt eingenommen wir haben neue Befehle an die Linie warten auf Befehle und jetzt können wir endlich den Punkt hier oben als Einstiegspunkt benutzen wir haben neue Befehle wir haben neue Befehle scheiße wir sind eingetroffen und warten auf Befehle warten auf Befehle bereit machen bereit an der Linie Achtung an die Linie so die auch gleich direkt da rein bereit für Feuerposition mit Sperrfeuerbelegen unsere Ziele wir haben neue Befehle so die schießen hier fröhlich was die hier durch die Gegend rennen ey so die können sich mal ergeben hallo warten auf Befehle bereit machen auf der Feuerstufe bereit machen Achtung in Stellung gehen wir haben neue Befehle wir haben neue Befehle nachrücken aber für den großen Sieg reicht es halt immer noch nicht wir müssen an Punkt A noch ran Achtung ausrücken und dafür haben wir nur noch 120 Versorgungspunkte das wird wieder mal knapp wir haben neue Befehle warten auf Befehle bereit machen wir halten hier so die greifen die an die ach guck mal ja ok das ist Schwachsinn wir haben neue Befehle wir müssen diese Stellung halten da ist noch ein schweres Mg ja das ist jetzt unser Nachschub ok ja ich glaube das bringt jetzt nichts wir können jetzt die Zeit einfach ablaufen lassen wobei er dürfte nicht mehr allzu viele Einheiten da haben das Problem ist dass uns dass uns das Spotting darauf fehlt bereit machen wir müssen los seid bereit Jungs für Sperrfeuerwalze laden alle Waffen an für Sperrfeuerwalze befohlen wir haben unsere Ziele Achtung auf der Feuerstufe bereit machen wir haben neue Befehle vielleicht kommen wir mit denen in die in die Gräben rein lade sie nach diese Position mit Sperrfeuer belegen wir haben neue Befehle andere Positionen vorbereit auf diese Stellung warten auf Befehle Feuer bereit machen wählt eure Ziele Mannschaften Feuer befohlen Feuerwalze einleiten Achtung wir haben neue Befehle bereit an der Linie wir haben neue Befehle wir können hier nicht gewinnen wir haben neue Befehle Feuerstellung einnehmen ja das war noch mal ein letzter Versuch aber ich glaube das ist ziemlich utopisch wir haben neue Befehle 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 hier haben wir noch eine Einheit vergessen ja hier haben wir noch eine Einheit vergessen bereit machen wir ziehen uns zurück wir sind unterwegs ja da kommen wir nicht mehr ran wir haben wir haben kaum noch Einheiten auf dem Schlachtfeld jetzt ja da hat er uns jetzt komplett zurück gepusht das ist natürlich jetzt insofern gefährlich wenn wir hier oben keine Einheiten mehr stehen haben wir kommen wohl zu spät zur Party ähm das heißt er kann jetzt mit einem gekonnten Angriff die Arme hoch Jungs kann er uns jetzt hier noch wieder Punkte wegnehmen das ist ähm das war jetzt ziemlich dumm sogar dass wir jetzt hier alles ähm quasi eingesetzt haben was wir hatten auf der Feuerstufe bereit machen hier sind noch Einheiten die Frage ist jetzt wirklich von wo er jetzt angreift ob er jetzt nochmal angreift Achtung in Stellung gehen wir haben neue Befehle wir halten hier bereit an der Linie ob er jetzt in den Gegenangriff geht die letzten Minuten oder an die Linie warten auf Befehl ja der letzte Angriff hat mir nicht so gut gefallen Feuerstellung einnehmen aber wir können auch nicht einfach Feuer einstellen machen also du musst als Angreifer wirklich die Zeit abwarten du kannst jetzt nicht sagen den Rest dann irgendwie berechnen lassen oder so musst du jetzt wirklich zu Ende spielen aber wenn er jetzt und wir ich hab jetzt schon auf doppelte Geschwindigkeit laufen ne kannst jetzt bloß hoffen dass er nicht nochmal auf die Idee kann da stehen zu viele Einheiten und wir haben keine Versorgungspunkte mehr das ist aber insgesamt schon ein sehr sehr stumpfes System muss man sagen ich hoffe natürlich dass da mit weiterer Forschung dann langfristig auch einfach mehr wie soll ich sagen mehr Varianz nochmal reinkommen mit verschiedenen Waffensystemen oder so das ist auch das Thema Panzer vielleicht dann gut also das Problem ist halt auch mit den Verlusten die zählen da ja auch mit rein aber mit den Einheiten die wir haben kommen wir da einfach nicht ran das verteidigt er da auf Punkt A zu gut aber hey wir haben eben das HQ weggenommen eigentlich finde ich es total bescheuert eigentlich müsste man wenn man das HQ von ihm einnimmt dann müsste man auch den großen Sieg haben den man braucht oder diesen also den entsprechenden Sieg damit man dann auch ihm den Stern in dem Gebiet wegnimmt weil so ist es jetzt irgendwie ja wir haben ihn halt eigentlich überrannt er ergibt sich zwar nicht aber so richtig was gebracht hat es jetzt eigentlich nicht außer dass es uns einen Haufen Versorgungspunkte gekostet hat es ist ein wichtiger Sieg am Ende wir nehmen ihn einiges an ähm ähm an Moral weg aber so richtig was gebracht hat das uns jetzt nicht und das Problem ist dass wir im Gegenzug wenn er uns angreift es bisher nicht geschafft haben äh uns soweit zu verteidigen dass ähm er entsprechend nicht uns den Stern wegnimmt ja jetzt haben wir ihm hier den Stern weggenommen wir haben ihn hier angegriffen aber das hat uns jetzt nichts wirklich gebracht gut beim nächsten Mal geht es weiter ich bin gespannt ob wir hier ähm weiter in der Defensive sind denn aktuell drückt er ja doch an einigen Stellen ähm immer mal uns Punkte weg also gerade auch hier ne pusht er hier quasi rein mal gucken ich hoffe euch hat es gefallen falls ja lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer da haben wir nicht genannt und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos machts gut ciao ciao euer Oher